Hallo und herzlich willkommen zum fünften Mubi-Special hier beim Tele-Stammtisch. Mubi, dieser große Streaming-Need zum Internet, der eine sehr bescheidene, aber hochwertige Auswahl an Filmen bietet und über eine klitzekleine Auswahl, nämlich eine aktuelle, werden wir uns heute unterhalten. Ich bin der Andi, der Typ, der hier vieles leitet und habe heute zwei Jungs am Start für die Sexy-Time beim Tele-Stammtisch. Moinsen, Paul. Moinsen, Mo. Hallöchen. Ahoi. Na, ihr Schnuckels? Na? Na, Pabbi? Ihr habt euch Filme angeguckt. Das ist voll krass. Ja. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, Spaß, na. Ja, also wir machen ja hier diese Specials. Das bedeutet, dass wir einen sehr ausgiebigen Presse-Account von den Kollegen und Kolleginnen von Moobi bekommen haben und wir hier insgesamt sechs Specials, a drei Filme, über drei Monate verteilt präsentieren. Und das bedeutet, dass wir hier uns quasi jeweils einen Film rausgesucht haben und wir uns den jetzt hier quasi gegenseitig vorstellen und einfach mal gucken, wie so quasi das Gefühl ist, dass man bei der Nutzung von Moobi hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei dem ersten kurzen Thema, das ich vor die Besprechung packen möchte. Moobi, das ist ja auch so eine Streaming-Plattform, die letztlich auch in Konkurrenz steht natürlich zu Mainstream-Streaming-Anbietern wie Netflix, wie Prime Video. Wir haben jetzt ganz aktuell auch zum Beispiel einen Presse-Account bekommen für einen ganz neuen Streaming-Dienst namens Filmtastic. Auch die haben nur eine glanzreduzierte Auswahl, aber zum Beispiel keine Originals. Und hunderte weitere Streaming-Plattformen, die es gibt, wirklich, ich kriege gefühlt fast täglich eine E-Mail über einen neuen Streaming-Anbieter. Also es ist wirklich, es ist erschreckend und ich frage mich auch, was für einen Markt die eigentlich da erwarten. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, Jungs, jetzt habt ihr Moobi geguckt und Paul, du warst schon beim ersten Special mit am Start. Was ist denn so dein persönliches vorläufiges Fazit zum Streaming-Dienst Moobi? Was ich erstmal sehr an Moobi schätze, ist tatsächlich dieses Prinzip von Moobi, dass es quasi, du hast, jeden Tag wird ein neuer Film veröffentlicht und dann hast du 30 Tage Zeit, diesen Film anzugucken und dann wandert der wieder weg. Dann kannst du ihn dir nicht mehr ansehen und das ist immer so. Also ansonsten bei anderen Streaming-Anbietern, da verweile ich zumindest sehr oft darin, dass ich mir einfach Filme auf die Watchlist sitze und dann werden die erstmal eine ganze Zeit lang nicht beachtet. Bei Moobi ist das jetzt natürlich so, da hast du quasi einen gewissen Druck dahinter stehen, dass du diesen Film anguckst, da hast du noch eine weitere Motivation oder noch einen weiteren Faktor, der dich dazu bringt, diesen Film anzusehen. Das finde ich erstmal ganz gut, ansonsten auch von den Filmen her, dass ja eher kleine beziehungsweise Art-House-Filme sind, auch teilweise von namhaften Regisseuren. Mittlerweile jetzt, wenn ich mir das jetzt so über die Monate angucke, dann schwankt das Programm für meinen Geschmack schon sehr. Also es gab tatsächlich Monate, da konnte ich sehr viel damit anfangen, da kam fast jeden Tag ein Film, der mir doch was gesagt hat oder der mich interessiert hätte. Dann gab es aber auch wieder Monate oder beziehungsweise jetzt ist gerade so ein Monat, wo ich dann eher so schon ein paar Sachen rauspicke oder wo ich mir nicht so sicher bin, ob da tatsächlich was für mich dabei ist. Ich finde es interessant, ich würde es jetzt nicht dauerhaft nehmen, aber so auf jeden Fall mal reinschauen und das war schon toll. Ja, das kommt mir ungefähr bekannt vor. Ich glaube, das ist auch ungefähr das, was viele andere Kollegen und Kolleginnen hier aus der Redaktion gesagt haben. Mo, wie ist dein Eindruck von Moobi? Ja, ich frage mich da dasselbe wie du, welchen Markt will man hier abgrabschen? Ich bin jetzt nicht so der Fan von der Variante, die du gerade als gut befunden hast. Also dieses, da läuft eine Uhr im Hintergrund, das ist so ein bisschen das Prinzip Fitnessstudio versus Bikini-Frisur, Bikini-Figur. Wir machen alle so ein Fitnessstudio-Account und dann gehen wir nicht hin, aber wenn der Sommer näher kommt, dann müssen wir hingehen. Ich mag das Prinzip nicht so gerne, weil halt Filme einfach manchmal so stimmungsabhängig sind und wenn du einen Monat hast, wo du eine traurige Ballade nicht sehen willst, weil es gerade nicht passt und sie ist dann weg, finde ich das eigentlich eher so ein bisschen frustrierend. Ich habe auch ein Problem damit, dass wenn man für Moobi bezahlt, dann sind das auch nochmal 5,99 pro Monat und es ist ja jetzt so, dass der Disney ist nicht besonders teuer, der hier ist nicht so besonders teuer. Jetzt kommt noch, ich weiß nicht, was gerade Join Plus zum Beispiel kostet, ich glaube 7,99. Also die sind alle so unter 10 Euro und das ist alles so ein bisschen so Fangtaktik für mich, die nicht richtig aufgeht, weil den einen Film, den man dann wirklich sehen will, verteilt sich jetzt auf so viele Streaming-Dienste. Da brauchst du so viele Apps und bei mir reicht zum Beispiel auch meine Internetleitung nicht, um vielen Streaming-Diensten hier das 4K rauszulutschen. Das funktioniert eigentlich wirklich gut nur bei Netflix. Ich glaube, es sind sogar 9,99 im Monat, oder? Also ich habe, der letzten Stand, den ich habe, ist irgendwie 5,99 pro Monat und das Jahresabo ist unter 50 Euro und das wiederum finde ich ja ganz charmant, wenn man, so wie du jetzt gerade gesagt hast, es gibt Monate, die sind gut, aber es gibt Monate, die sind schwach und wenn du sagst, naja, ich gehe da jetzt viermal pro Monat hin, fünfmal pro Monat und ziehe mir dann einen Film, das ist ein Jahresabo, das tut halt erstmal nicht weh, aber die anderen sind auch nicht so viel teurer und es verteilt sich einfach zu viel Zeug auf zu viele Plattformen. Ich finde das nicht besonders gut. Ich glaube, MUBI richtet sich halt vor allem an ganz klassische Cineasten, was nicht bedeuten soll, dass es bei Prime Video und Disney und Netflix und so nicht auch total die Ausnahmefilme gäbe und auch da die Auswahl nicht riesengroß wäre, aber es sind im Regelfall Filme, von denen selbst jemand wie ich, der jetzt nicht der größte Cineast ist, aber trotzdem halt sehr gerne Filme schaut, dass ich zumindest von den Filmen auf diesen Plattformen gehört habe. Jetzt bei MUBI ist das schon so, dass es wirklich sehr international aufgestellt ist, also eben nicht nur die Staaten und Deutschland und meinetwegen noch ein bisschen Frankreich, sondern eben wirklich sehr breit gefächert ist, was ich persönlich schon sehr interessant finde und das ist ja letztlich so, dass es ja quasi so schön kuratierte Filme oder eine kuratierte Filmauswahl, das heißt also ich erwarte da immer irgendwie auch eine gewisse Qualität und machen wir uns nichts vor. Klar, da gibt es auf jeden Fall auch Ausnahmeerscheinungen, aber alle Filme haben, wie mir scheint, ohne das jetzt umfangreich beurteilen zu können, immer irgendwie was Besonderes und nun ja, viele der Produktionen, die ich beispielsweise auf Netflix bekomme und da sind auch tolle Dinge dabei und gerade die großen Filme der letzten Monate habe ich da auch alle gesehen, aber die so richtig rausstechen jetzt mit wirklich was Besonderem tun sie nicht. Und es sind häufig neue Produktionen, währenddessen MUBI hier eben ja wie gesagt eine Auswahl an eher älteren Dingen macht, dass das jetzt im Guten wie im Schlechten mal funktioniert mit dieser Auswahl an Filmen. Das werden wir wahrscheinlich heute auch besprechen, denn ich hatte mit meinem Film glaube ich Glück, aber vielleicht auch weil ich gerade total in der Stimmung war, aber ich finde es überhaupt gut, dass man sich hier in irgendeiner Form auch ein bisschen spezialisiert und dann eben von den genannten größeren Anbietern ein bisschen distanziert. Jetzt andere Anbieter, die ganzen aktuell und neu starten, die letztlich nichts anderes sind als eine Digitalumsetzung von einem großen Lizenzkatalog, der bei irgendeiner Firma oder einer Agentur oder was auch immer für einem Verleih rumliegt und den sie halt einfach noch irgendwie monetarisieren wollen, indem sie jetzt halt Streams noch mit den Filmen anbieten. Da hat MUBI einfach das größere Alleinstellungsmerkmal mit der Auswahl, die sie hier treffen. Wie gesagt, andere Plattformen, die einfach irgendwas irgendwie da reinpacken, was schon alt ist, aber auch nicht besonders gut und vor allem in keinster Form neu oder irgendwie spannend, wo man es eben noch nicht gesehen hätte. Das finde ich, muss man MUBI als Alleinstellungsmerkmal schon irgendwie auch positiv anrechnen. Ja, das auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Ich vergleiche das hier immer. Also MUBI ist so ein bisschen wie Arte früher war. Wenn du Arte guckst, dann weißt du, warum du das guckst. Und so ist es hier bei MUBI auch. Du musst dich halt mit den Filmen, die angeboten werden, auseinandersetzen vorher. Es sei denn, du weißt zufällig, ach, den Film habe ich mal gesehen vor X oder der lief mal irgendwo und da hatte ich mich schon mal schlau gemacht. Ansonsten ist halt das Angebot auch ziemlich breit von Filmen, von denen ich noch nie was gehört habe. Dieses Kuratieren, wie du sagtest, dass du da so ein bisschen an die Hand genommen wirst, finde ich auch ganz charmant. Da kann MUBI jetzt auch gar nichts für, dass ich das im Gesamtkonzept alles ein bisschen doof finde. Mir wird es einfach zu viel. Zu viele Anbieter, zu viele kleine Verträge, die man da eingehen muss, um am Ende halt einen Film zu gucken. Und ich bin, vielleicht bin ich auch einfach lazy. Weißt du, ich gucke jetzt nicht bei vier Anbietern, was gucke ich heute Abend, sondern dann landet man in der Regel schon bei den zwei Großen und Klar, verstehe ich völlig. Wenn du aber halt letztlich alles schon gesehen hast und du jetzt nicht unbedingt die neue Serie auf Netflix sehen musst und du einfach nur irgendwas gucken willst, dann ist ja fast schon egal, welchen dieser Anbieter du hast. Und da stimme ich dir schon zu, wenn man sich einfach nur gut berieseln lassen möchte, dann tun es letztlich auch die großen Anbieter. Das stimmt schon. Jungs, dann haben wir, glaube ich, mal so ein paar Gedanken zu MUBI zusammengefasst und fangen wir doch einfach mal mit den Besprechungen an. Die erste des Tages hast du uns heute mitgebracht, Paul, ne? Ja, ich habe mir Beautiful angeguckt. Ein mexikanisches Filmdrama von Alejandro González Inaritu, der ja aus Mexiko kommt und unter anderem mit Babel und Birdman zwei Filme inszeniert hat, die ich sehr mag. Und der auch schon mit The Revenant in den letzten Jahren eine große Nummer gebracht hat. Und ja, Beautiful ist ein Film, es geht um das Leben eines Kleinverbrechers, der so kleine Betrügereien am Laufen hat, der sich nebenbei um seine Kinder kümmern muss und ja, dann irgendwann eine Krebsdiagnose bekommt und die Nachricht, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Und ja, als hätte er schon nicht genug andere Probleme folgt der Film ihm quasi auf seinem Leidensweg oder auf seinem Sterbensweg. Ja. Das ist ja total deprimiert, oder? Ja, ist es wirklich. Und deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt auch gleich zum Anfang, dass wir diesen Film zum Anfang jetzt hier haben, denn das ist wirklich schwere Kost. Und es war wirklich ein Film, der zwar in meinen Augen gut war, aber doch sehr schwerfällig und gerade mit dem Thema sich nicht so leicht geguckt hat, wie ich es mir am Anfang erhofft hätte. Also ich wusste am Anfang auch nicht so viel, worum es geht, aber ja. Krass. Der Film war damals nominiert, ne? Ja, genau, für den besten fremdrachten Film. Und Javier Bardem als bester Hauptdarsteller war auch nominiert, haben sie beide nicht bekommen, aber die Filme, die der Regisseur macht, sind, die sind ja alle nicht besonders leicht. Also auch Birdman oder sowas würde ich jetzt nicht als leicht bezeichnen, aber auf jeden Fall leichter als Beautiful. Ja, definitiv. Das ganze Ding geht knapp zweieinhalb Stunden laut IMDb. Zieht sich das? Ist das anstrengend? Man muss halt wirklich in der Stimmung für diesen Film sein. Ich weiß nicht, ob man wirklich diese Stimmung je erreichen kann, weiß nicht, wenn man sich mal richtig schlecht fühlen will oder ich weiß nicht, was die richtige Stimmung für diesen Film ist. In der Stimmung, wo ich ihn geguckt habe, hat er sich schon lang angefühlt, wobei es ist halt so eine Mischung aus vielen ruhigen Momenten aus. Es ist zwischenzeitlich eben so eine Charakterstudie rund um diesen Kleinverbrecher. Es ist aber auch gleichzeitig eine Milieustudie, wo du halt siehst, wie die Leute in seinem Milieu leben, auch wie er mit seinen Kindern zurechtkommt, wie er mit den anderen Kleinverbrechern oder mit Leuten, mit denen er Geschäfte macht, wie er damit zurechtkommt oder so. Ja, das ist alles. In diesem Film, da sucht man dann schon so die Bezugspunkte, durch die man, also mit denen, da man quasi diese zweieinhalb Stunden dann so in Anführungszeichen aushalten kann. Ich hatte damals wirklich meine Schwierigkeiten. Mit mir war das dann zum Großteil tatsächlich zu tragisch, das Ganze. Javier Badem spielt sensationell, aber das Zugucken tut weh, weil diese Geschichte zum Teil sich in meinen Augen zieht. Die hätte eine halbe Stunde auf jeden Fall kürzer gekonnt, ein bisschen knackiger zusammen. Das Pacing war mir dazu, ja, war mir nicht schnell genug und ich habe auch irgendwann wirklich den Bock verloren, da noch weiter zu sehen, wie der leidet und wie es immer schlimmer wird zum Ende hin. Ja, hatte ich Schwierigkeiten mit. Ich stimme dir da voll zu. Also ich habe dann halt nach solchen Bezugspunkten gesucht, wie ich sie angesprochen habe. Das sind dann meistens irgendwelche, keine Ahnung, künstlerischen Sachen, die jetzt auch nicht so, es gab ein paar schöne Metaphern und ein paar schöne Verbildlichungen des Leidensweges und so, die waren ganz schön. Ich habe dann immer so versucht, so an die Hauptperson zu knüpfen. Das war auch schwierig. Die Hauptperson, die ist nicht so richtig sympathisch, die tut einem zwar trotzdem leid, also man kann schon mit ihr mitfühlen, aber wie du gesagt hast, das zieht sich dann so lang und es wird auch, es hat die ganze Zeit eine Stimmung und das drückt und drückt und das drückt die ganzen zweieinhalb Stunden. Muss man wollen auf jeden Fall. Warum wird der eigentlich so komisch geschrieben? Gibt es da eine Erklärung für? Der Bütigsten wird ja anders geschrieben, als ich das kenne. Ja genau, Beautiful wird erstmal, also nicht wie im Englischen richtig mit B-E-A-U geschrieben, sondern mit B-I-U und dann T-Full. Das ist auf einen Rechtschreibfehler quasi, der Hauptperson zurückzuführen, wo er seiner Tochter hilft und sie fragt ihn, wie man Beautiful schreibt und er buchstabiert das eben so. Voll deep. Wow. Ja und ich muss sagen. Der Film ist ja, wir können ja sagen, also der Film war kein Erfolg im Sinne von Geld. Er hat das Geld, was er gekostet hat, nicht eingesperrt damals. Es wurde von Anfang an gesagt, dass Javier Bardem hier die Leistung seines Lebens wahrscheinlich abliefert. Da haben sie ihn wahrscheinlich noch nicht als James-Bond-Gegner gesehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht leichte Kost, was auch die Zahlen erklärt. In Deutschland und Übersee hat er, also in Übersee, Europa hat er das, da hat er das Geld eingespielt. Die Amerikaner selber, die hat das überhaupt nicht interessiert. Da hat er gerade mal 5 Millionen oder sowas gemacht. Aber der Regisseur ist halt wirklich von da ab, wussten sie, wie der auch die Leute leiten kann. Weil das muss man dem Film schon lassen. Die Leute, die Schauspieler, die hier auftreten, die werden wirklich gut geführt und hier kann jeder zeigen, was er kann. Und die sind auch richtig stark, ja. Bei solchen tragischen Sachen kannst du das halt, da kannst du wirklich zeigen, was in dir steckt als Schauspieler. Aber es ist wirklich so schwere Kost. Ich bin dafür nicht gemacht. Ich auch nicht. Und ich muss auch sagen, also gerade die Schauspieler, das wirkt schon alles sehr authentisch und das wirkt auch stark, gerade wenn sie sich um die Kinder streiten oder es einen Nervenzusammenbruch gibt, dann ist das schon und dann kommen da auch richtig packende Szenen bei raus. Aber so richtig kriegt es mich dann nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass man sich immer so einen gewissen Abstand zwischen den Themen oder so halten will und sich nicht die ganzen zweieinhalb Stunden runterziehen lassen möchte. Ja, mir hat so ein bisschen der Flow bei so einem schwerfälligen Thema gefehlt. Sag mal, welchen Anteil hat denn so dieses Familienleben? Und scheinbar geht es eben auch um Jungs und die Kids und bla. Wie groß ist der denn? Er nimmt schon einen ziemlich großen Teil ein. Also, ja, dreht sich, also es hält sich ungefähr, ich sag mal, zwischen diesem, zwischen dieser Milieustudie und dem, mit dem kleinen Verbrechen und so und diesem Familienleben, wozu halt auch seine, seine ja, Frau, Ex-Frau zählt. Das hält sich schon so die Waage. Okay. Ich habe das Gefühl, der Hauptdarsteller ist der Grund, um den Film zu schauen. Ist das so oder gibt es auch noch weitere Gründe? Also, für mich war es auf jeden Fall Javier Bardem. Für mich war es der Regisseur. Siehste. Geil. Ja, genau. Deswegen hatte ich den auf meiner Watchlist stehen. Also, er hat mich jetzt nicht ganz so umgehauen wie die anderen, die ich vornherein genannt habe. Aber man spürt schon, dass da eine Leistung dahinter steckt, die jetzt nicht ohne ist. Aber mit diesem Thema ist es vielleicht auch nicht leicht. Gibt es da eigentlich irgendwelche surrealistischen Szenen oder Momente? Oder ist es alles eigentlich klar, was da passiert? Es gibt, wie gesagt, es gibt so ein paar Metaphern und so ein paar Bilder, die so den Tod, die für den Tod stehen oder die das Leben, das Endleben so ein bisschen verdeutlichen. Und es gibt auch eine Szene, eine bizarre Szene in einem Strip-Club, wo plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es richtig, der Hintern und der Kopf alles voll mit Nippeln ist. Und die Hauptperson einfach nur durch diesen Club geht. Und es gibt auch ein paar sehr explizite Szenen, wenn es jetzt um Nacktheit und so geht. Ja gut, das ist dann vielleicht das bizarrste oder so, was man diesem Film anrechnen kann. Man kann das, glaube ich, diese Schuldgefühlen und dieser Todgeweihtheit alles zuschreiben. Bei der Szene war ich mir auch nicht sicher. Hat er sich was eingeworfen? Sind das die Medikamente, die er kriegt? Oder ist das eine Mischung aus beiden? Ich muss da auch kurz zurückspulen, ob ich das gerade richtig gesehen habe, weil irgendwie hat es, ja. Und das ist halt nur einmal so, wirklich, diese Szene fällt auf und der Rest ist halt immer, wie du schon gesagt hast, die Hälfte Familie, die Hälfte Milieu, die Hälfte, so noch ein Teil von, du siehst ihn beim Sterben zu im Grunde. Und ihm läuft halt die Zeit davon für beide Seiten. Also für alles, was er noch tun will, läuft ihm die Zeit davon. Und er will halt noch sehr viel klären. So hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass er seinen Sachen hinterherläuft und er will sie auch noch mal ins Reine bringen, was natürlich schwierig ist. Wenn ich hier so durch die Bilder auf der IMDb klicke, was ich gerne mal mache, um mir mal einen Eindruck von Filmen zu verschaffen, dann habe ich den Eindruck, das Thema Licht spielt eine sehr wesentliche Rolle. Also klar, es gibt sehr viele dunkle Szenen, wo dann halt punktuell nur eine Beleuchtung da ist, aber es gibt auch viele Alltagsszenen oder auch Discoszenen, wo dann halt eben natürlich zum Beispiel grünes Licht zu sehen ist und so. Also ist das so? Ist das wirklich was, was einem auffallen könnte oder eher nicht so? Das Einzige, was mir dahingehend aufgefallen ist, ist tatsächlich dieses grüne Licht oder dieses etwas, ja, trübe. Aber obwohl ich da sonst eher oder obwohl mir sonst sowas eher ins Auge fällt, ist mir da sonst nichts weiter aufgefallen. Wie sieht es aus mit dem Soundtrack? Also den fand ich ganz gut. Ich kenne wirklich nur den Soundtrack. Der Score bleibt einem jetzt nicht im Kopf hängen, aber die Lieder oder die Musik, die man hört, die passt schon zu den Szenen. Das ist schon, ist rund. Aber das ist wie der Film. Also den Film guckt man eigentlich nur einmal. Ich glaube nicht, dass man den gerne zwei oder drei oder viermal guckt. Es sei denn, man ist riesen Fan von solchen Filmen und auch die gibt es natürlich, die Leute. Und der Soundtrack ist jetzt nicht so happy oder so eingängig oder so stark, dass der dir richtig groß im Kopf bleibt. Das passt als Gesamtkonstrukt, passt das alles zusammen für die zweieinhalb Stunden, die man da verbringt zusammen. Und dann ist das auch wieder weg. Ich habe ein bisschen das Gefühl, zu dem Film ist alles gesagt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir es trotzdem mit der Punktevergabe? Na klar. Was vergibt man? Ja, bin ich mir auch nicht sicher, was man bei diesem Film vergibt. Nippel. Nippel. Ich bin heute generell für Nippel. Okay, Nippel. Ob das der Thematik gerecht wird, aber ja, wie gesagt, ich glaube schon, also der ist an sich schon stark. Der hat tolle Schauspieler und der ist nur mit seiner schwerfälligen Handlung, ist er so. Also, ich weiß, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich presse es jetzt mal in Punkte, so drei von fünf Nippeln würde ich diesem Film geben. Also Nippel passt hier nicht, Kollege. Nee, passt fast echt nicht. Also wenn das hätte einer hört, ja. So einen schwerfälligen Film, da ist ein Mann, der will sein Leben auf die Reihe kriegen, hat da keine Zeit mehr zu, der stirbt an, krebst und seine Familie mag ihn nicht und die Geschäfte laufen nicht und wir bewerten den mit Nippeln. Ich habe, also hängen geblieben ist, dass da ganz viele Nippeln auf dem Mittagkopf kommen. Ja, das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Ich vergebe einfach drei von fünf Punkten und ja. Toll. Alles klar, also kein Total Recall drei Nippeln, sondern Punkte. Alles klar, cool. Dankeschön, Paul. Ja, sehr gerne. This was very beautiful. Ja. Ja, Mo, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast auch noch einen richtigen Klassiker am Start, ne? Ja, ich habe einen sehr schönen, schrecklichen Film geguckt. Ich habe gesehen, die Outsiders von dem großen und mächtigen Francis Ford Coppola von 1983. Und jetzt kommt der Teil, warum das auch schrecklich ist. Es ist nicht die 1983 Version, sondern die 22 Minuten längere Fassung. Das ganze Ding nennt sich The Complete Novel. Und da hat er sich 2005 nochmal hingesetzt, hat das zusammengeschnitten, hat eine neue Eingangssequenz, hat ein paar verlängerte Szenen drinne, hat drei, vier Szenen aus dem Ursprungsfilm auch entfernt, um das Ganze runder zu machen und ein bisschen mehr an die Buchvorlage zu schneidern. Und was er leider auch getan hat, ist, er hat die komplette Musik geändert. 1983 hatte das Ganze mehr so einen Score und auch schon einzelne, ja, so Rock'n'Roll-Hits, die man auch kennt. Aber es gab halt Lieder, die er immer verwenden wollte, für die er keine Rechte hatte. Und in der 2005er Version mit dem ganzen Nachhall, wer er jetzt so ist und wie viel Geld er schon gemacht hat und sowas, hat er diese Rechte bekommen. Und das tut dem Film an einer ganz, ganz entscheidenden Szene überhaupt nicht gut. Aber da können wir ja später nochmal zukommen. Kennt ihr den Film, habt ihr den damals gesagt, der alt genug, dass ihr den schon mal gesehen habt? Nein. Also nein und nein. Also alt genug wahrscheinlich schon, aber ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Das ist ja so ein Film, der sicher auch schon hier und da mal im Fernsehen gelaufen sein müsste damals, als es noch Kabelfernsehen gab, gibt es wahrscheinlich immer noch keine Ahnung. Also nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ist auch einer von den Filmen, der bei mir auf der Watchlist wegen seines Regisseurs steht. Aber gesehen habe ich ihn noch nicht. Hast du denn beide Versionen gesehen? Also die... Ich kenne tatsächlich beide Versionen und ich bin auch ein großer Fan der ersten Version, die es leider nicht mehr gibt. Also die ist bei keinem Streaming-Anbieter momentan zu haben. Und ich habe die auch nicht gefunden als DVD oder Blu-Ray. Es gibt offensichtlich momentan nur die 2005er Variante. Was auch okay ist, von der Buchgeschichte her ist das, wie gesagt, passt das jetzt besser. Es gibt nur halt für mich so ein, zwei Probleme mit der Musik, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also wenn du jetzt keine Wahl hast, dann guck den, weil das ist er auf jeden Fall wert. Ich kann ja so ein bisschen erzählen mal, worum es geht. Wir fangen mal ein mit einem Satz, den Francis Ford Coppola tatsächlich damals mal selber gesagt hat über den Film. Das hier ist vom Winde verweht für 14-jährige Mädchen. Und das hat er sicherlich nicht ganz zuletzt gesagt, weil der Cast, der hier mitspielt, das ist das... Das war damals das Who is Who der Newcomer. Das waren ganz junge Schauspieler, die wir alle mittlerweile besser kennen. C. Thomas Howell spielt hier eine große Rolle. Matt Dillon. Ralph Macchio. Wir alle lieben ihn als Karate-Kid. Patrick Swayze. Rob Lowe. Emilio Estevez, Tom Cruise, Diane Lane, Michelle Myring, Tom Waits in einer kleinen Rolle. Also der Cast ist wirklich sensationell und die meisten von denen haben es danach auch in große Filme weiterhin geschafft. Und sind ja immer noch Stars. Es gibt auch Mini-Auftritte von Nicolas Cage. Flair von den Red Hot Chili Peppers. Melanie Griffiths. Die laufen da so ein bisschen im Hintergrund hinterher, weil wenn Francis Ford Coppola was dreht, dann überlegt man nicht lange. Und Cage und Coppola sind ja verwandt, insofern hat sich das auch angeboten. Die Geschichte ist eine Verfilmung von einem Buch von S.E. Hinton. und der Coppola hat diesen Film und Rumblefish, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist auch so ein Film, der so mit Jugendgangs sich beschäftigt, auch basierend auf dem Buch, einem Buch von S.E. hinten quasi back-to-back gedreht. Er hat sich zwei, drei Schauspieler von dem einen Film geliehen und hat dann den anderen gemacht, wobei Rumblefish betrachtet auf die Kritiken besser wegkommt auf Dauer. Also, ne, Paul, für mich die Empfehlung, Rumblefish auch gucken. Das Ganze ist ein Melodram in jeder Pore, in jeder Einstellung. Das merkt man gleich, wenn die erste Szene kommt. Wir lernen hier zwei rivalisierende Gangs kennen, die Greasers und die Socks. Die Greasers erkennen wir daran, dass ihre Haare sehr gegreased sind, die sind gegelt, die sind alle glatt nach hinten und so ein bisschen rockermäßig sehen sie halt aus mit ihren Blue Jeans und den derben Stiefeln. Und die Socks, das sind so Snobs, das sind so College Boys mit Pullover über die Schulter und am Wochenende geht es segeln. Und mal kurz zusammengefasst, bei einer Auseinandersetzung dieser beiden Gruppen bringt ein Greaser, nämlich Johnny, einen Socks um. Das war natürlich nicht geplant, ist im Affekt passiert und die beiden, Johnny und sein Freund Ponyboy, machen sich dann auf und verstecken sich, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Und im Verlauf dieses Verstecklebens lernen die beiden sich ein bisschen besser kennen. Da wird es auch ein bisschen schwülstig, dann liest Ponyboy so ein bisschen Gedichte vor, das ist ein bisschen nicht so gut. Dann gehen sie auf jeden Fall mal weg, haben sich versteckt in einer alten Kirche und die fängt dann an zu brennen. Die beiden retten ein paar Kinder, die in der Gegend da spielen und dabei wird Johnny so schwer verletzt, dass er im Verlauf des Films dann auch wirklich daran stirbt. Und das, also ihr merkt schon, da ist von der ersten Szene bis zur letzten, da wird gleich einer verkloppt. Dann werden sie gejagt, dann lernen sie Mädchen kennen, die sie nicht haben dürfen, weil das die Mädchen von den Socks sind. Dann geht es hier ganz viel um Freundschaft, Loyalität, Liebe, Familie, Anerkennung und das wirklich in jeder Einstellung. Und final gibt es einen Gangfight, den die Greasers auch für sich entscheiden können. Und Andalus und Ponyboy laufen dann los zu Johnny ins Krankenhaus, erzählen ihm, wir haben es geschafft, wir haben es ihm gezeigt und dann stirbt Johnny. Und Andalus, so heißt der Hauptcharakter, hier gespielt von Matt Dillon, kann das nicht verknusen, dass Johnny tot ist, greift einen Arzt an, läuft dann mit einer ungeladenen Waffe in einen kleinen Drugstore, macht ein bisschen Pöbeleien, hat eine Zeitschrift zerrissen, will die nicht bezahlen. Und der Drugstore-Besitzer schießt ihn dann an und zum großen Finale hält Derlis dann der Polizeigegen über die Waffe hoch. Die Polizisten wissen natürlich nicht, dass sie nicht geladen ist und dann wird er vor den Augen aller anderen Greasers erschossen. Puh. Ja, das ist große Tragik. Mal wieder jetzt. Aber der Film ist trotzdem, der ist so speziell gedreht von Coppola, da, es gibt so, also der Film wirkt alt, weil er genauso gedreht ist, also die Farben sind mehr so grau-blau, alles ist so ein bisschen, du könntest auch die ganze Zeit darauf warten, dass sie anfangen zu singen, weil das hat so ein bisschen Look von West Side Story. Ja, alles so ein bisschen Greasy-Touchy und die könnten auch singen, ist aber halt eben kein Musical, ist kein Grease 2 leider. Und der ist aber trotzdem oder deswegen wahrscheinlich auch wirklich gut gealtert, weil es auch einfach Spaß macht, die Schauspieler, die man über die Jahre in ganz anderen Rollen gesehen hat, dann da am Anfang ihrer Karriere zu sehen. Und einige, also allen voran Ralph Macchio als Johnny, der später Karate-Git gemacht hat, der spielt hier sensationell und es ist faszinierend, Rob Lowe zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Serie Parks and Recreation gesehen habt, da spielt Rob Lowe auch mit, da ist er aber glaube ich schon 55. Zwischen dem Rob Lowe dann und dem Rob Lowe, hier gibt es kaum einen Unterschied, der sieht eins zu eins so aus. Das ist wie so ein Plastik-Can, wird einfach nicht älter. Und Matt Dillon spielt ja auch toll, also das ist schon wirklich, wirklich guter, guter Film. Klar ist das kitschig, wenn Ponyboy da von Winde verweht vorliest und Gedichte rezitiert, dann ist das alles so ein bisschen blub, ja. Aber für mich gehört der Film trotzdem auf so eine Must-Watch-Liste. Klingt so ein bisschen, als hätte der auch so Coming-of-Age-Elemente, wenn es jetzt um die Gangs geht. Ja, ja, klar. Also die Gangs ist halt so, dass es Maß gibt, die Gang ist eine Familie. Da sind ein paar Brüder, aber zu denen gibt es halt noch andere Mitglieder in dieser Gang. Und die Greasers an sich sind eine Familie. Wenn da einer vermöbelt wird, dann kommen die anderen im Auto oder kommen angeflitzt und helfen denen. Und dann gibt es auch die großen Vorbilder, wo man natürlich guckt, dass es in diesem Fall sind, ist das eben Dallas, gespielt von Matt Dillon und Daryl, gespielt von Patrick Swayze. Die sind auch die Älteren da schon. Also das heißt, wenn die Fragen haben, die Kids, Ponyboy ruft den irgendwann auch an und sagt, wir sind hier und hier in einem Versteck, was sollen wir jetzt machen? Dann gehen die zu diesen großen Jungs gucken. Die hängen alle zusammen. Und du siehst den Jungen natürlich schon so beim Älterwerden zu. Wobei, das ist natürlich eine übergeordnete Tragik. Die haben alle kein Geld auf der Naht. Die Greasers sind halt wirklich, die wohnen in den schlechteren Gegenden der Stadt. Die haben auch wenig Hoffnung, dass sich das mal irgendwann ändert, weil auf die wird auch herabgeblickt. Also es ist so das typische Schwarz-Weiß-Denken, das typische Ich-bin-was-besseres-Denken gegenüber dem Nächsten. Und dann halt diese fatale Folge, dass der eine den anderen angreift. Und da kommt es im Denkemenge eben zu diesem Tod. Da gibt es auch noch eine Gerichtsverhandlung später etc. Das ist alles in sehr großen, tragischen Bildern erzählt. Zum Teil mit ziemlich coolen Kamera. Blickwinkeln. Man nennt das, glaube ich, diesen Dutch-Winkel, der so ein bisschen schräg ist. Jetzt geht er einmal auf den Keks, weil man das in vielen Filmen sieht. Aber 1983 war das halt eben neu. Und alles zusammen passt wirklich gut. Das Einzige, wo ich echt so einen Cringe-Moment habe, ist in der wichtigsten Szene. Ihr müsst euch vorstellen, dass Dallas, also Matt Dillans Charakter, sich schuldig fühlt für all das, was Johnny passiert ist. Also Johnny ist halt der, der aus Versehen diesen Socks gekillt hat. Johnny ist der, der dann ins Versteck musste. Und Johnny ist der, der beim Retten der Kinder aus diesem brennenden Gebäude einfach so schwer verletzt wurde, dass er später an diesen Verletzungen eben stirbt. Und der kann das nicht verknusen. Gar nicht. Also er sieht sein ganzes Leben auseinanderfallen. Und er läuft dann amok. Und die anderen Greasers wissen das auch. Die telefonieren sich dann zusammen und sagen, Dallas is losing it. Und dann geht er in den Drugstore, weiß mit sich nichts anzufangen. Das ist keine Gangster-Szene. Der geht da nicht rein und sagt jetzt, ja, Kohle her oder sowas, sondern der steht da an dem Magazin und der weiß nicht mit sich anzufangen, nimmt so ein Ding, zerreißt das einfach. Und dieser Drugstore-Besitzer, der dreht natürlich durch und sagt, das musst du bezahlen. Und er kann gar nicht reden, weil er seine, der ist immer noch zwischen Wut und Trauer. Und dann zieht er halt eine Waffe. Und im Originalfilm war das unterlegt mit einem ganz leisen oder relativ leisen Score. So ein Violin, ja, sowas um die Dramatik. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen, um diese Dramatik, dieser Verzweiflung da Ausdruck zu geben. Und jetzt ist das eine Tarantino-eske Musik. Das ist so ein bisschen wie Tito und Tarantula. Das ist so fehl am Platz, dass du denkst, der zieht die Waffe und dann eine... Und das passt überhaupt nicht, weil der macht das nicht irgendwie, weil er Geld haben will oder sowas, sondern der will die Wut dieses Ladenbesitzers und dann später von den Cops auf sich ziehen, weil er, das ist quasi seine Art, den Freitod zu wählen. Und da geht es echt kaputt, leider an der Stelle. Ist nur kurz und vielleicht bin ich da auch zu sehr verhaftet in der alten Fassung oder so. Da kannst du dir ja selber, Paul, selber ein Bild machen. Wenn du den mal guckst, würde mich auch interessieren. Aber alles andere nach wie vor bleibe ich dabei. Das ist ein Top-Film. Ich finde es halt krass, wenn man auch mal guckt. Also ein paar der Namen sagen mir natürlich auch was, aber keine Ahnung. So ist es wie Patrick Swayze oder so. Der sieht gefühlt, sagt er doch sein Leben lang gleich aus. Oder der sieht schon in diesem Film aus wie ein Typ, der könnte auch schon 40 sein. Weißt du wie? Oder zumindest ein gut trainierter, ein gut aussehender 40, ja gerade ein jung gebliebener. Und währenddessen auch so Tom Cruise, gut, der macht ja auch auf dem einen Foto so einen Eindruck, als wäre er eine ganz schöne Rotznase in dem Film. Aber das ist ja eigentlich auch ein Schönling, der bis heute so aussieht, als wäre er seit 20, 30 Jahren nicht gealtert. Das finde ich so beeindruckend. Guck dir mal Rob Lowe an. Guck dir Rob Lowe an. Das glaubst du nicht. Also wirklich. Ich gucke ja gerade mit abends immer hier Parks and Recreation mal wieder. Das ist abends immer und das macht immer viel Spaß. Und jetzt den Film zu sehen und dann den alten Rob Lowe. Keine Ahnung, 40 Jahre, 45 Jahre später. Das ist unfassbar. Und ja, Patrick Swayze sieht tatsächlich so aus wie der Typ, den er dann später gespielt hat bei, wie heißt der Tanzfilm? Und mein Baby gehört zu mir. Nicht Nachricht von Sam, sondern du redest von dem total tollen Film, den man auswendig kennen muss. Scheiße. Ja, genau. Das ist ja total schräg, dass wir nicht auf den Filmnamen kommen. Aber wir können ihn alle, wir könnten jetzt die Musik... Dirty Dancing. Bam. Danke. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Stimmt, ja. Ja, er hat, sind wir mal ehrlich, der hat eine Karriere zwar hingelegt, aber der ist halt kein gottgegebener Schauspieler. Da müssen wir uns nichts vormachen. So ein paar Fragen hätte ich dann schon noch, ne? Wenn da jetzt so ganz viele junge, attraktive Kerle mit ziemlich wenigen Klamotten teilweise die ganze Zeit miteinander rumhängen. Wie viele homoerotische Momente gibt es in diesem Film? Nicht so viele, wie man denken mag. Wirklich nicht. Weil die driften wirklich ins Kitschige ab. Also es gibt so eine Szene, wo der Ponyboy mit seinem Bruder Sodapop im Bett liegen, weil sie halt einfach nur ein Bett haben zum Schlafen. So, das wirkt halt so ein bisschen schwüllerlich, weil die reden dann auch so, was machen wir jetzt und wie ist das Leben und bla bla bla. So werden so die wichtigen Dinge des Lebens besprochen. Das wirkt ein bisschen kitschig. Und wie ich gesagt habe, wenn die beiden sich da in dieser alten Kirchenruine verstecken, Ponyboy und Johnny, dann wirkt das halt komisch. Ein schön Ponyboy, der hatte vorher schwarze, greasige Haare, also schön fettig und nach hinten gegelt und dann hat er sich die Haare gefärbt in so ein ganz schlechtes Straßenköterblond. Das sieht wirklich grauenvoll aus und dann liest er aus vom Winde verweht vor. Und Johnny sitzt dabei auf dem Bett. Das Gesicht ist zu uns gerichtet und seine Beine gehen nach hinten hoch. Der hätte mir nur gefehlt, dass er hinten mit den Beinen noch wippt. Und dann hättet ihr so einen typischen Mädchen-Abend-Look gehabt. Der Rest, das geht schon relativ Schlag auf Schlag, was hier passiert. Die Dialoge sind zum Teil ein bisschen zu lang. Also wie gesagt, diese 22 Minuten extra hätte es jetzt so nicht unbedingt gebraucht. Aber sonst geht es eigentlich. Und ich kann dich gleich, ich muss dich enttäuschen, Andi. Es gibt keine Nippel. Oh. Kein einziger. Schade. Trotz der wunderschönen Diane Lane, die dann auch in Rumblefish gleich wieder aufgetreten ist, gibt es auch nicht wirklich, also keine Mädchenrollen, die jetzt dir da groß im Kopf bleiben. Ja gut, muss ja auch nicht sein. Es soll ja auch mal Filme geben, wo tatsächlich mal keine Frau mitspielt. Ist halt auch vielleicht ein Film. Das würde heute so nicht mehr passieren. Du hättest heute auf jeden Fall deutlich wahrscheinlich mindestens eine markante, wichtige Frauenrolle. Du hättest mindestens eine Szene mit einer homoerotischen Andeutung. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und was mir als Frage jetzt hier noch ein bisschen auch, dass ich noch quasi verauffällt. Das ist ja ein Gangfilm. Also du hast ja letztlich mindestens zwei Gangs, die irgendwie auch rivalisieren. Und wir haben hier vor kurzem beim Telestand auch irgend so einen Film gesprochen über Gangs in London, spielt in der Neuzeit. Und vor allem geht es im Endeffekt darum zu sagen, dass das mit diesen Gangs ein mega Teufelskreis ist. Bist du einmal drin, kommst du nicht mehr raus. Die werden sich alle nur gegenseitig totschießen. Und es wird immer die Rache von der Rache von der Rache geben. Spielt dieses, diese, sag ich mal, diese Obso, also diese Sinnlosigkeit der Gangbildung. Wird das hier thematisiert? Ja, aber natürlich auf einem leicht anderen Niveau. Hier gibt es, früher waren ja Gangs, da gab es auf die Mütze. Dann fingen sie an mit Messern. Und Gangs, die mit Pistolen rummachen, ja, da verlierst du natürlich jegliche Kontrolle. Das hier ist so eine Gang, die an der Abzweigung zu, wir benutzen, Messer steht. Und deswegen kommt ja auch tatsächlich dann einer zu Tode. Weil das einfach eine Szene ist, die eskaliert. Und wenn dann einer ein Messer hat und ist unkontrolliert, ist wütend und der andere will sich nur verteidigen, dann passiert halt was. Das ist hier genau das Thema. Das bringt ja alles aus den Fugen. Die normalen, wir schnappen uns einen Greaser und verkloppen den. Und dann schnappen sich die Greaser einen von den Socks und verkloppen den. Das gab es halt jahrelang und das war auch nie ein Problem. Jetzt ist es halt eben so, jetzt ist Blut. Und die Socks ziehen da einen Strich und sagen, wenn wir die jetzt finden würden, dann würden wir ganz andere Dinge mit denen machen. Aber dazu kommt es ja nicht, weil die Geschichte in eine andere Richtung geht. Halt dadurch, dass diese Kirche dann abbrennt und die vermeintlich Bösen, also auch quasi der vermeintliche Mörder, dabei so schwer verletzt wird, dass er im Krankenhaus liegt und dann posthum durch eine Gerichtsverhandlung eigentlich von der Schuld freigesprochen wird, gibt es für die Socks nichts mehr zu tun, weil auch Socks eigene Mitglieder gegen die Socks aussagen und sagen, das war wirklich ein Unfall, das war nicht geplant und hier kann man niemanden Strick draus drehen. Also das ist nicht so wie bei Wanderers oder sowas, wo die sich oder bei Hooligans, wo die dann sagen, wir treffen uns am Sonntag da hinten und dann hauen wir uns so voll aufs Maul und dass man das dann ewig lange zelebriert oder sieht, das gibt es ja nicht. Okay, jetzt hast du übrigens ja auch vorhin kurz erwähnt, dass Coppola meinte, das wäre quasi vom Winde verweht für 14-Jährige. Ich sehe gerade beim Durchklicken der Bilder, dass im Film selbst auch mal jemand Gun with the Wind, also vom Winde verweht, liest, also die Buchvorlage. Genau, das ist der Ponyboy, der liest das halt, während die beiden Jungs auf der Flucht sind, ist das sein Go-To-Book. Das hat er also in einer kleinen, wie so ein kleines Reklamheft hat er das in der Hose und da liest er dann draus vor. Das wirkt schon ein bisschen, ich habe das nie gelesen, vielleicht kann ich das auch einfach nicht, vielleicht bin ich für die Schönheit der Worte da jetzt gerade nicht empfänglich, muss ich vielleicht mal machen, weiß ich nicht. Aber es wirkte halt schon ein bisschen komisch, ja. Aber das ist ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du jung warst, Paul ist noch mittendrin. Wir gehen ja alle durch Phasen und auch in meinem Leben gab es Phasen, da hat man mal Gedichte gelesen, vielleicht sogar mal eins geschrieben. Da stand man auf Cat Stevens und hat Rilke rezitiert, bevor man dann angefangen hat, Vion und Kinski zu rezitieren. Ja klar, der Klassiker. Und das ist halt eben auch so ein Ding, der sieht in diesem Gone with the Wind halt eben auch einfach eine übergeordnete, große Geschichte, die so viel in ihm hat, die so viel Tragik auch in ihm hat, dass er wahrscheinlich zu seiner Lebens, also damit sein Leben ein bisschen leichter ist, liest er die Tragik von anderen Leuten. Es gibt immer noch viele, die gucken Hartz IV TV, weil dann ihr Leben auch nicht mehr so schlimm ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen so das Pendant dazu. Ja, also so eine Gedichtephase hatte ich jetzt in dem Sinne, das Projekt vorm Tele-Stammtisch ist immer noch online. Das war ein Blog mit selbst kreierten, künstlerischen Dingen wie Texten, aber das war mehr so spätpuppertärer, düsterer, alles so traurig Sache. Das habe ich, also naja, gibt es halt alles noch online, wenn ihr gut seid, findet ihr raus, wo. Oh, ja geil, also ich sage mal so, ich habe meine ganzen Fragen zu dem Film gestellt, wobei, ne, eine noch, Outsiders ist, weil die auf der Flucht sind, oder? Ne, Outsiders sind sie nicht, weil sie auf der Flucht sind, sondern weil die Gesellschaft die outgecast hat. Also für die ist in der gesamten Gesellschaft kein Platz, es sei denn, sie werden Mechaniker, dann werden sie geduldet, weil sie einen Job machen, aber ansonsten ist das die Generation von Kids, denen die anderen keine Zukunft mehr zusagen. Du bist ein Außenseiter, weil du bist der Greasy, das heißt, du zeigst dich auch so, du bist Teil dieser Gang, dieser Rocker und dann kann nichts mehr aus dir werden und dann landest du zwangsläufig im Knast oder halt eben, wenn du Glück hast, kriegst du einen Mechanikerjob und dann darfst du mein Auto anfassen und sauber und heile machen, sowas halt so, in diese Richtung geht das. Outcast. Wie viele Punkte vergibst du für die neue, also für die längere Version, die du gesehen hast? Ja, ich vergebe hier dreieinhalb von fünf. Also ich habe mich immer noch gut amüsiert und es war auch schön, das alles mal wiederzusehen, habe ich ewig nicht mehr gesehen. Die Musik hat es ein bisschen zerdeppert, aber wenn man das nicht weiß, fällt es einem dann vielleicht auch nicht so auf. Die Schauspieler sind alle toll, zum Großteil sind sie auch Stars geworden, zum Teil auch wirklich zu Recht. Und ich sehe das hier auch so ein bisschen, für mich gehören Outsider und Rumblefish zusammen. Also ohne den einen gäbe es den anderen nicht und ich möchte eigentlich keinen davon missen. Rumblefish hätte mehr Punkte gekriegt. Okay. Und den kann ich euch wirklich auch ans Herz legen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Den gibt es leider nicht bei Mubi. Ich habe auch keine Ahnung, ob es den woanders gibt. Aber der ist auch von Coppola, der ist mit Matt Dillen, der ist mit einem jungen Mickey Rook und das ist auch eine tolle Geschichte. Die Musik hat da Steve Copeland gemacht, den kennt man von The Police, also das ist auch in sich komplett rund und fetzig. Super, vielen Dank. Paul, hast du noch Fragen oder sind wir fertig mit Outsiders? Nee, ich habe keine Fragen, ich bin nur noch neugieriger geworden. Ah, gut so, sehr gut. Ein paar junge Boys angucken, sehr schön. Ja, Andi. Jetzt kommt der Zunge. Haupt-Eck des Abends. Genau, jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich auch. Nochmal aufrichten, warte mal, kurz einmal. Ah, so. Ich bin ganz ober. Wer sich keine jungen Boys angucken möchte, sondern junge Girls, dem kann ich das Mädchen, das die Seiten umblättert, in einem gewissen Rahmen empfehlen. Und Leute, ich muss euch sagen, ich habe Angst vor dieser Besprechung, beziehungsweise vor der Vorstellung des Filmes, denn ich kann mir vorstellen, dass ich hier nicht ganz subjektiv bin. Denn manchmal, und da kann der Sanker neben mir vielleicht auch aus mir sprechen, bin ich sehr empfänglich für das Auftreten junger Französinnen und übrigens auch junger Russinnen. Und in dem Fall war das so, dass ich einfach mal heute einen Film von Mubi besprechen wollte, bin dann auf die Seite und habe einfach den genommen, der da heute quasi neu mit ins Programm aufgenommen worden ist. Das heißt, wenn das hier rauskommt, könnt ihr euch diesen Film definitiv noch mit anschauen. Und ist ein französischer Film. Wie gesagt, das Mädchen, das die Seiten umblättert. Und wir sehen schon im Filmposter, da geht es scheinbar um die Person, die neben der Pianistin beim Konzert, also beim klassischen Musikkonzert, daneben sitzt und einfach die Seiten, die Noten blättert, die Partitur umblättert. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie euer Zugang zu klassischer Musik ist und zu Instrumenten und so. Aber ich habe in meinem Leben schon viel Musik gemacht, vor allem so gesanglich, aber habe auch schon viel mit Orchestern und so zusammengearbeitet und so. Das wird immer spannender mit dir. Also du hast Dinge geschrieben, mit denen du nicht mehr so hundertprozentig stehst. Du hast gesungen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, das muss ich später alles wissen. Also bitte in den Shownotes, Andi Doppelpunkt und alle links. Einballern. Ja, ja, Dirty Little Secrets. Nun ja, um Dirty Little Secrets geht es hier ein bisschen auch, muss ich nämlich sagen. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wie gesagt, einen Film, den habe ich geguckt und da war irgendwie so eine Spannung. Die habe ich gespürt. Die war aber erst, erst war sie einfach nur skurril und später war sie extrem, ich sage es einfach, geil. Fangen wir an. Der Film beginnt mit der jungen Melanie. Melanie ist die Protagonistin dieses Films und Melanie spielt Klavier und zwar gar nicht schlecht. Ihre Eltern haben jetzt nicht so mega viel Kohle und sie will sich quasi, ich glaube für ein Stipendium oder sowas bewerben. Sie muss also vorspielen, nachdem sie viel gespielt hat und man erfährt schon recht schnell, okay, falls sie das Stipendium jetzt nicht bekommen würde, die Eltern wären bereit, sich finanziell quasi noch vollends aufzuopfern, damit sie weiterhin Stunden nehmen kann. Aber da ist jetzt die Melanie überhaupt nicht bereit für und möchte jetzt eben unbedingt dieses Stipendium bekommen. Und recht schnell wird klar, dass als sie dann da beginnt mit Vorspielen und so, dass das nichts wird. Das ist quasi eine Jury von fünf, sechs Leuten und die wichtigste im Team, ich glaube auch die einzige Frau in der ganzen Jury, die ist total die berühmte Pianistin selbst. Und mitten im Vorspiel kommt eine rein und will halt ein Interview von der haben und so. Du merkst schon, die Dame selbst, die aus der Jury, die ist nicht so ganz konzentriert. Und da merkt auch unsere Melanie hier, das mit dem Stipendium, das wird nichts. Sie geht raus, sie weint und wenn man so will, ist dann der erste Teil des Films, das sind die ersten fünf bis zehn Minuten, ist dann vorbei. Und damit ist das Setting selbst schon gesetzt. Wir haben einen Zeitwechsel, einen Zeitsprung viel eher, von zehn Jahren. Melanie ist inzwischen, also eben zehn Jahre älter, eine junge, attraktive Frau. Und die hat dem Klavierspielen vollends abgesagt. Die hat sich also das quasi zu Herzen genommen. Sie wollte ihre Eltern nicht belasten und hat dann einfach, ja keine Ahnung, einen anderen Lebensweg eingeschlagen. Unter anderem beginnt sie gerade ein Praktikum in einer großen Pariser Kanzlei. Alle tragen schicke Anzüge, ihre Aufgabe ist es, irgendwelche Datenbanken zu pflegen, völlig egal, was sie da eigentlich tun muss. Und recht schnell kommt raus, dass der Chef der Kanzlei, der braucht eigentlich für die Sommerferien, sind es glaube ich, eine Betreuung für seinen Sohn. Jo, und dann wird es spannend, weil dann nämlich plötzlich, da geht der Film eigentlich erst richtig los. Also all das war jetzt die Kurzzusammenfassung von den ersten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Minuten. Ist sie dann in diesem Haus, betreut den Sohn und lernt auch seine Frau kennen. Und Trommelwirbel, und das kriegt man nicht so richtig mit, wenn man nicht genau zugeschaut hat. Die Frau vom Rechtsanwalt ist diejenige, die zu Beginn des Films in der Jury saß. Ja, also diese Pianistin, die da anscheinend genau der richtigen Stelle ist. Und wenn man das nicht mitgekriegt hat, werden einem viele der folgenden Aktionen und Motive nicht klar. Deswegen ist das glaube ich eine zentrale Info. Die darf man, das muss man schon raffen, dass das wirklich dieselbe Person ist. Ja, dann passiert es nämlich einfach, dass sie quasi, sie ist diese Star-Pianistin, die hat irgendwie ein schlechtes Konzert gehabt. Das hat sie sich sehr zu Herzen genommen mit schlechten Kritiken und ist seitdem psychisch ein bisschen labil und sucht jetzt einen neuen Halt im Leben. Und diesen Halt kann ihr glücklicherweise unsere Melanie bieten. Denn Melanie kann nicht so gut wie keine andere auf der ganzen weiten Welt Seiten umblättern. Klingt komisch, ist es auch, aber letztlich ist es genau so. Irgendwann merkt sie halt, okay, die kann Noten lesen und dann nähern die sich halt insofern an, dass sie halt einfach nur neben der Sitz die Seiten blättert und so. Das ist so die Ausgangssituation. Melanie ist also irgendwann wieder mit der Frau zusammen, die ihr damals quasi ihr komplettes Leben, wenn man so will, verbaut hat. Und daraus entsteht ein Film, der letztlich die relativ interessante Beziehung dieser beiden Frauen untereinander thematisiert. Also wir haben eigentlich zwei konträr zueinander stehende Gefühle, die die beiden Frauen miteinander verbinden. Zum einen natürlich, und das ist der Aspekt, den man vielleicht übersieht, wenn man nicht merkt, dass es dieselbe Person ist, diesen Hass. Denn Melanie hat ja eigentlich schon extrem ein Problem damit, dass diese Frau ihr Leben das verbaut hat. Und es gibt verschiedene Szenen im Film, wo dann auch klar wird, dass die Melanie eigentlich eine ganz schön krasse Sau ist, die auch bereit ist, das eine oder andere hinzunehmen und zu tolerieren. Beispielsweise gibt es eine Szene, wo der Sohn, um den sie sich vor allem kümmert, wie so ein Au-pair-Mädchen quasi, seinen Rekord im Tauchen knacken möchte. Und weil der jetzt kurz davor seinen Rekord zu knacken nimmt, drückt sie ihn quasi währenddessen, der noch unter Wasser ist und schon wieder aufsteigen will und keine Luft kriegt, nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Sekunden unter Wasser, damit er halt diesen Rekord knackt. Das Ganze ist gerade zu Beginn des Films und immer mal wieder untermalt mit Szenen, wo wir totes Fleisch sehen. Also hier der Vater von Melanie ist nämlich Metzger oder Schlachter oder so, also kann ein Teil Tiere auseinander. Und später im Film gibt es eine Szene, da sieht man mal ein totes, gehäutetes Kaninchen, das gerade zum Speisen vorbereitet wird und so. Also immer wieder so ein bisschen die Andeutung, okay, hier könnte es auch noch ganz blutig eskalieren, aber an der Stelle schon mal Entwarnung, das passiert an der, passiert nicht. Vielleicht, damit habe ich ein bisschen gerechnet, also ich hätte mich jetzt darauf gefreut, hier vielleicht so ein wirklich so ein Gore-Finale oder irgendwie so ein, ja wir haben einige Filme gesehen, ich kann mich zum Beispiel erinnern an den deutschen Film Herrliche Zeiten oder auch an meinetwegen, ich glaube genau das Ende von diesem, vom letzten Tarantino, hier Once Upon in Hollywood, wo dann zumindest so ein bisschen solche typischen Tarantino-Momente vorkamen, all das habe ich hier leider nicht bekommen, obwohl ich es zeitweise erwartet hatte. Also wie gesagt, das ist dieser eine große Aspekt der Beziehung unter den Frauen, die hier eine größere Rolle spielt, also diesen Hass und dann aber eben auch die Liebe, die diese beiden Frauen scheinbar in irgendeiner Form füreinander gewinnen, auch, und da will ich noch nicht zu viel verraten, da vielleicht eine gewisse Taktik dahinter steckt. Und, nun gut, wir haben hier halt letztlich diesen Film und ich muss echt sagen, ey, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich bei französischen Filmen auch sowas erwarte, oder dass ich einfach gerade in der Stimmung dafür war, aber das war es schon, aus meiner Sicht ist es ein, irgendwie ein aufgeladener, ein knisternder Film, ein Film, wo ich, ich finde, die Hauptdarstellerin, die hat auch einen französischen Namen, Deborah Francois oder so, wird es ausgesprochen, ist eine äußerst attraktive Frau, gerade in diesem Film, da, da ist es ungefähr zehn Jahre alt, da war die Anfang 20, das ist eine wirklich äußerst attraktive Frau, und auch die zweite im Bunde, die Mutter quasi spielt, die Starpianistin, die Ariane, gespielt von Catherine Frott, und die gute Frau ist schätzungsweise nochmal zehn Jahre älter als sie, ach nee, sogar noch deutlich älter, ähm, Jahrgang 56 ist die hier, also 30 Jahre älter, das sieht man hier auf keinen Fall an, das ist wirklich auch eine sehr attraktive Frau, und diese beiden Frauen, wenn die Kanon, die halten dann so verschüchtert Händchen, ganz kurz siehst du das, zack, gibt's einen Schnitt, weil das Kind schreit und dann wird Hände auseinandergerissen, oder diese Annäherung einfach, das ist total toll, alle tragen immer tolle Kleider, auch wenn dann diese Konzerte sind und so, dann sind alle in tollen schwarzen Kleidern einfach eng anliegend und so, also ich muss sagen, wow, ich war wirklich einfach von der physischen Präsenz dieser beiden Damen sehr, sehr, sehr angetan, und das, obwohl gerade unsere Hauptdarstellerin letztlich gar nicht so viel, sag ich mal, abrufen muss, in vielen Fällen guckt die einfach nur so, entweder sagt man, es ist psychomäßig, oder einfach auch stoisch bis belanglos und ausdruckslos vielleicht viel eher in die Gegend, das ist also, keine Ahnung, wenn unangenehme Momente sind, dann duckt sie leicht ihren Kopf und guckt so, so weg irgendwie, also ganz interessant, wo das nämlich letztlich gar nicht unbedingt ihren eigentlichen, wahrscheinlich in ihren drin steckenden Charakter widerspiegelt, den ich in die Figur reininterpretiere, der nämlich das wahrscheinlich ganz schön faustdick hinter den Ohren hat. Ja, und das ist jetzt mal ein Rotumschlag, ganz viel Spannung drin, ganz viel Musik drin, auch vieles, was man sagen kann, okay, also keine Ahnung, es gibt drei Szenen, glaube ich, im ganzen Film, wo ein wichtiges Konzert ansteht, und es hätten auch anderthalb davon getan, zum Beispiel, ja, muss, also so, also weil halt, klar, bei dem ersten werden sie sich halt kennen, beim zweiten passiert auch irgendwas Wichtiges, und beim dritten ist dann so, wenn man so will, so eine Art Twist, aber auch kein Twist jetzt im eigentlichen Sinne, und keine Ahnung, oder wenn man uns die Figuren anschauen wollen, hier gibt es noch diesen, wie gesagt, den Ehemann der Starpianistin, und wenn man so will, Ex-Chef von der Melanie, diesem Rechtsanwalt, auch der hat jetzt, also der ist halt quasi ständig auf Dienstreise, und das stört auch nicht, weil diese Figur eigentlich bis auf die letzte Szene, wo dann die große Showdown ist quasi, auch nicht wirklich was zu tun hat, auch das Kind ist mir ermittelt zum Zweck, der ist übrigens geil, der Junge, also keine Ahnung, der muss auch nicht viel machen, der Junge, wie alt wird er sein, der Boy ist irgendwas mit 13, 14, würde ich ihn schätzen, und der ist, hat, also der hat Unterricht, Privatunterricht im Schwimmen, im Versteckenspielen und im Klavierspielen von unserer Melanie, und wow, ich sag euch, das wird, das wird, das wird die geilste Fernbetreuung gewesen sein, die er hier hatte, das ist so mein Eindruck, und darum beneide ich ihn ein bisschen, ja, das mal so jetzt hier ein längerer Monolog-Kontroll-Umschlag zu diesem Film, und ja, habt ihr da irgendwelche Fragen zu? Weiß noch nicht, was ich davon jetzt so halten soll, irgendwie bin ich da gerade noch so ein bisschen, äh... Das geht mir auch so, ich hab sowieso so Probleme mit französischen Filmen, äh, der Humor, den Franzosen haben, aber auch die Tristesse, die sie gerne verteilen, oder dieses, äh, wie sie es immer nennen, das Sezieren der Bourgeoisie, das, ähm, liegt mir meistens nicht, aber so wie du das erzählt hast, ist das ja schon, wirkt das schon so ein bisschen wie, äh, man möchte wissen, treibt die da jetzt ein falsches Spiel mit der, oder ist die wirklich in die verknallt, ich meine, kann sie das überwinden, dass ihr die eigentlich hasst, oder eben nicht, gibt's da ein Plothole am Ende, oder reiten die in den Sonnenuntergang, oder willst du das nicht spoilern, weil du sagst, nee, das müsst ihr live gesehen haben? Das ist wirklich die letzte finale Szene, das will ich, also es wird auf jeden Fall aufgeklärt, was jetzt genau ihre Absichten sind, und wie sie das macht, aber das ist jetzt auch nicht so, so ein Mega-Wow-Effekt, so ein Six-Sense-Wow, sondern es ist schon einfach, okay, scheinbar war es tatsächlich ihre Absicht und Intention, so in dieser, also bei der Familie dann zu bleiben, ne, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich quasi bewirbt, dort die Ferienbetreuung zu übernehmen, weiß sie ja noch nicht, dass das diese Frau ist. Achso, das weiß sie nicht, das ist ein Zufall. Das weiß sie noch nicht, das kommt erst raus, das kann man schon mal sagen, und ja, also, egal ob es ein positives oder ein gutes Ende gehabt hat, es hätte beides gepasst, finde ich persönlich, ja, weil es wirklich mehr um dieses Zwischenspiel zwischen den Frauen geht, die sich einander ein bisschen annähern, unsere Star-Pianistin ist ja auch wirklich eine Person, die ist ja, wenn man so will, labil, zumindest aus emotionaler Sicht, was merkwürdig ist eigentlich, also ich meine, okay, so Musiker, die sind ja manchmal, die sind ja manchmal, also nicht nur mit ihrer Musik verbunden, die leben und atmen ja häufig auch ihre eigene Musik, und die sie da nicht nur selbst schreiben, sondern einfach nur auch interpretieren, und das ist bei der Frau auch so, wenn da halt eben jetzt scheinbar dieses eine schlechte Konzert dabei war, und sowieso alles ein bisschen, sie ist nicht mehr die Star-Pianistin, die sie zu Beginn des Films noch ist, dann nimmt sie das schon ganz schön mit alles und so, und ja, also, jetzt soll ich sagen, das ist wahrscheinlich alles, was sie im Leben hatte, die Mutterrolle wird nicht ihre Aufgabe gewesen sein, und einfach nur als Ehefrau wollte sie ja auch nicht dastehen, ganz im Gegenteil, im Film kommt irgendwann der Satz, wenn das und das rauskommt, dann verlässt er mich und dann hab ich gar nichts mehr, das ist dann, also es ist eine gewisse Abhängigkeit, die sich dann auch daran widerspiegelt, und ja, das ist alles ganz interessant, man hätte vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr, also, ich hätte wirklich gern noch diesen Butcher-Aspekt gesehen irgendwie, und sei es nur, dass sie, dass unsere Protagonistin Melanie dann vielleicht, keine Ahnung, ums Eck geht im Hof, und da dann, es gibt zum Beispiel eine Szene, da erklärt sie dem Jungen, wo man jetzt hier das, wo man das Huhn jetzt auch schlitzen müsste, um es zu töten, einfach so, und das ist ganz lustig, und dann spielen sie wieder verstecken und so, aber eigentlich wäre das noch ein cooler Aspekt oder eine Ebene gewesen, wenn sie wirklich noch so Hobby-mäßig im Keller, keine Ahnung, Hühner tötet oder so. Das wäre ein interessanter Ansatz gewesen, um das ganz, um das an dem Ding gleich einfach einen Genre-Film zu machen, ja, letztlich auch, ne? Ja, das sind so meine Worte dazu. Also, ich bin immer ganz froh, wenn in den Filmen wenig geschlachtet wird. Ja, ja. Ich sehe gerade, der ist nicht besonders lang, 85 Minuten, ich denke, das geht ja dann aber auch, ne? Ja. Also, du hast das schon so verkauft, dass ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte du gleich vergibst, aber, ja, das ist dann vielleicht, und da schließt sich vielleicht unser Kreis so wieder zum Movie, das ist so ein Film, den hätte ich mir nicht ausgegraben. Ich weiß, dass es den gibt, aber das Mädchen, dass die Seiten umblättert, jemand, der Hilfe braucht beim Seiten umblättern und das Filmplakat, habe ich auch noch vor Augen, das war total öde. Das hätte mich jetzt nicht in deinem Ofen vorgeholt, wäre das aber so mit kleinen Twists vielleicht oder sowas, verkaufst du das schon ganz, ganz gut und das ist dann vielleicht wirklich die Perle, die du bei eben so einem Anbieter wie Mubi, also nur da finden kannst, ne? Definitiv. Das war einfach ein Klick ins Ungewisse und ich bin zumindest nicht enttäuscht, ich werde den Film kein zweites Mal gucken, ich würde mich aber durchaus nochmal mit der Hauptdarstellerin auseinandersetzen, weil ich glaube, dass die, die hat Potenzial und das will ich mir nochmal genau angucken, das Potenzial. Ob die das braucht von dir? Hm. Weiß ich nicht, also die hat auch andere Filme noch gemacht, unter anderem gibt's von der, den Titel kannte ich auch irgendwoher, Sekunde, gleich kommt's, Deborah Françoise, und daran mitgespielte bei dem Film, wo ist der deutsche Titel? Geheimkommando Phoenix. Studentin 19 sucht. Ja, ich wusste genau, dass du den raussuchst. Das wusste ich genau. Ich glaube nicht, dass du den kennst oder weißt, was das ist. Ich kenne nur den Titel, ich weiß nichts davon, aber den Titel kannte ich schon irgendwoher. Ja, aber das wird dir schon gefallen. Der ist nämlich auf Kanal Plü gewesen. Uhlala. Ja, das heißt, da kriegst du Vollmotiv, sag ich mal. Hm, gut, ich meine, die dreht bis heute noch Filme, also verschiedene Filme, die ist weiterhin im Geschäft und das spricht ja per se auch mal für sie. Ich kenne jetzt nicht sehr viel mehr, sie hat vorher, das dürfte ihr, das ist ihr dritter, ihr dritter Film, eigentlich ihr zweiter Langspielfilm erst gewesen. Davor hat sie noch das Kind gespielt, in das Kind und davor noch einen Kurzfilm und halt eben wirklich dann ab da ging es dann straight los jährlich zwei, drei Filme. Genau, das also von meiner Seite aus zu das Mädchen, das die Seiten umblättert. Wie viele Seiten darfst du denn umblättert? Also mit allen Bonuspunkten für halt, für die Sexiness einfach sagen, wie es ist, gebe ich hier auch dreieinhalb von fünf Seiten. Das ist kein Film mit großen Überraschungen, man wartet die ganze Zeit eigentlich nur drauf, dass hier nochmal irgendwas total Überraschendes passiert, was wirklich total Überraschendes passiert halt nicht, obwohl ich es mir gewünscht hätte und ja, genau, so ist das. Also eigentlich kann man die komplette Handlung wirklich in drei Sätzen zusammenfassen. Habe ich auch versucht, nur ausgeschweift, ausgeschwoffen. Ja, aber das zeigt ja auch, dass du da schon so ein bisschen persönliches Interesse in den Film gelegt hast. Und wenn du das jetzt alles wieder zusammenfasst, du hast einfach nur so draufgeklickt, dann hast du einen Film gekriegt, der dich tatsächlich auch ein Stück weit gefesselt hat. Ja, aber jetzt gibt es hier dreieinhalb, dreieinhalb Punkte, das ist ja schon ein fettes Ding. Definitiv, definitiv. Oh, ja. Ich frage mich gerade, ob ich eher so einen Film empfehlen würde oder den neuen Transformers. Aber ich bin halt eher... Ja, dann auf jeden Fall so einen hier, den hier, den hier. Ich bin schon für optische Dinge zu haben, ne? Mhm. Muss man von der Zielgruppe abmachen und die Zielgruppe ist garantiert eine andere als von Transformers. So weit, so viel steht mal fest. Jo. Also das heißt, dein Traum wäre Transformers 16 oder 18 oder wie viele sie da jetzt gemacht haben, das spielt ja auch keine Rolle. Und statt so einer klapprigen Megan Fox holen sie dann mal hier schön die, äh, de Baudat François. Die ist ja, sehe ich hier gerade, die ist ein halbes Jahr älter als ich. Ideal. Hauptsache, deine bessere Hälfte hört ihr diesen Podcast nicht, sonst stehen morgen die Koffer. Ach, schwärmen darf ich doch, oder? Alles andere wäre doch. Ich wäre ja falsch. Ja, super. Jungs, geil war's im mehrfachen Sinne. Ich bin total dankbar, dass ihr euch für uns alle, für euch da draußen übrigens auch, eine Runde auf Mubi verirrt habt und mit uns ja eben Mubi-Filme, für uns Mubi-Filme geschaut und besprochen habt. Es folgt ganz demnächst am Ende dieses Monats dann auch noch die sechste und wahrscheinlich finale Ausgabe der Movie-Specials hier beim Tele-Stammtisch. Und wie immer gilt, dass wir uns sehr freuen würden, wenn ihr die Gelegenheit nutzt, uns Feedback zu hinterlassen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ihr könnt auch gerne mal in den Blog schauen, den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Ja, und wenn ihr dann nochmal so richtig Bock habt, dann hinterlasst doch nochmal irgendeine Bewertung auf zum Beispiel Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und ja, einfach bei vielen weiteren Plattformen kann man diese Bewertung hinterlassen und das ist voll toll und so. Und dann weiß nicht nur Mubi, was wir von deren Filmauswahl halten, dann wissen wir auch, was ihr von unseren Casts haltet. Das wäre toll. Mo, Paul, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Ciao. Aus. Fürais. Fürais. Auf. Wiricker.